Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir machen weiter mit der Reihe Spiele in DVD einen Killer, den du noch nie gespielt hast. Yay! Es wird schön. Ich kenn mich auch mit... Oh. So? Ich würd grad sagen, ich kenn mich auch mit der Steuerung nicht aus. Wird ja lustig. So, wir spielen den Demogorgon. Hier hat jemand ein Totem gemacht. War das auf dem Hügel? Sprintboost. Wie mach ich den Sprungangriff? Oh. Wie mach ich denn diesen komischen Sprungangriff? Hä? Kann ich den gar nicht machen? Ich mach erst mal... ...den Generator kaputt. Und die Palette waren wir kaputt. So. Das Fenster ist für sie blockiert. So. Ich hab keine Ahnung, wie man den spielt. Der kann doch einen Sprungangriff. Ich bin doch nicht blöd. Hm. Oh Gott. Ähm. Oh Gott. Mit der Steuerung, das ist... Ähm. Ja. Gut, ne? Ich mach erst mal ein paar Portale. Da kann ich, glaube ich, nix falsch machen. Ach Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich buddel mich mal. Einfach... Einfach mal was können, ja? Woo. Da ist wer. Ja. So. So. Ach. Ach. Gottes Willen. Ähm. Der hat mir ein Portal zugemacht. Beziehungsweise sie wollte. Aber warum? Ach. Ach, du liegst unten. Da oben hätte doch eh keiner mehr hängen gemusst. Also. Ja. So. Wir haben auf jeden Fall ein Mori dabei. Ich würde jetzt gerne die Mech aus dem Spiel nehmen. Aber ich weiß nicht, wo sie hin ist. Egal. Dann jagen wir die anderen. So, Bill. Dann nehmen wir halt dich. Ich habe gehört, wie du die Kiste geöffnet hast. Das war nicht so clever. Gut. Ähm. Wir machen einfach mal, weil wir es können. Den hier. Hier ist niemand. Ähm. So, ich kann gerade noch nicht rüber porten. Oder? Doch, ja, ne? Es gibt einen Cooldown. Aber bin ich denn zu... Ich bin zu blöd, diesen Sprung an den Griff zu machen. Keine Ahnung, wie der geht. Er hat auch gerade jemand... Ja. ...gemacht. Du. Mit deinem Sprintboost. wartet ich muss jetzt wissen wissen wir das fürs nächste mal sagen das ist ein bisschen ein bisschen seltsam ehrlich gesagt grundkanalysieren warum heißt es abgrundkanalysieren ich hoffe nicht dass jetzt der letzte gen angeht und sie adrenalin bekommt ich würde sie nämlich gern aus dem spiel nehmen sie hat tatsächlich adrenalin aber ich könnte ja die sind die ausgänge da und da die könnte ich ja jetzt also so so in der zwischenzeit haben sie den anderen ausgang auf so 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 und die andere steht auf der luke oder am anderen ausgang so 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 das so 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 Ich überlege mir mal, wen wir da spielen. Ich verabschiede mich aus der Runde. Ich hoffe, sie war wenigstens einigermaßen witzig. Ich hatte Spaß. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und habt noch einen schönen Tag. Tschüss.